Wussten Sie, wie wichtig die Wahl des Raumes ist? Dass Räume Prozesse ermöglichen oder verunmöglichen? Weshalb Sitzungen und Schulungen in den immer gleichen Räumen veranstalten, womöglich gar in der gleichen Sitzordnung? Verlassen Sie die gewohnten Strukturen. Brechen Sie auf, bringen Sie Bewegung in Ihre Weiterbildungen und gehen Sie dorthin, wo die Inhalte sind, sodass sich Form und Inhalt auf Augenhöhe begegnen.